Durch das ökumenische Konzilium der Bücherwelt ist kein Geist mehr der Provinzialversammlung seines Volkes knechtisch angekettet und darum nun wird jetzt somit einiger Hoffnung gegen die Zeit erzogen, weil man weiß, das gesprochene Wort des deutschen Lehrers klinge von dem Gedruckten wieder und der Weltbürger gehe unter der Aufsicht der Universalrepublik nicht im Bürger eines verderbenden Staates zugrunde. Also weder der einzelne Lehrer noch die Lehrerschaft eines verderbenden Staates sind allein, sondern sie vermitteln immer vor dem Hintergrund der Bücher, die es gibt und die eben auch zeigen, was in anderen Nationen gedacht wird, ihr Wissen. Und insofern kann der Bürger eines Landes nicht zugrunde gehen, sondern ist den Informationen aus anderen Gebieten mit ausgesetzt bzw. hat Zugang zu ihnen. Nun, der Diplomat dieser Universalrepublik, das ist für Jean-Paul der gelehrte Witz. Und der gelehrte Witz, der unternimmt Folgendes, oder ich sollte zunächst einmal sagen, dass es bei Jean-Paul ein Konzept zur Erziehung zum Witz gibt. Es gibt in der Levana seiner Erziehungslehre ein Kapitel, das heißt Bildung und Witz. Und da beklagt er sich halt, dass auf den Witz, auf die Entwicklung des Witzes bei Kindern, bei Schülern viel zu wenig Wert gelegt wird. Sein Zitat oder seine Aussage dazu, man muss den Witz bei den Kindern entwickeln, weil dies das Ideenräderwerk immer schneller zu gehen zwingt und weil der Witz durch Erfinden Liebe und Herrschaft über die Ideen gibt, während man gewöhnlicherweise die Kinder mehr Ideen als die Handhabung der Ideen lehrt. Also der Witz, das muss man wissen, ist für ihn die Verbindung von zwei Dingen, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Das ist ja das, was beim Witz funktioniert, dass man das Gemeinsame des Unterschiedlichen zeigt und damit jongliert man natürlich mit Ideen, man bringt verschiedene Ideen zusammen und deswegen ist das für ihn so wichtig, das bei den Kindern zu entwickeln. Das ist die Handhabung von Ideen, zu überlegen, was könnte ich mit was verbinden, obwohl es eigentlich erstmal überhaupt keinen Sinn macht, aber aus welcher Perspektive könnte es dann doch Sinn machen und darum geht es beim Witz. Das andere wäre nur die Handhabung, wäre nur das Lehren von Ideen, das wäre ein spielerischer Umgang mit Ideen. Er hatte dann selbst, er war ja auch Hauslehrer und spricht dann davon, dass es diese Spielstunde des Witzes gab, in dem seine Elevenen aufeinander sich lustig machen konnten, übereinander mit eben solchen absurden Vergleichen oder so, ihn eingeschlossen. Und ja, das hatte ich schon gesagt, in der Vorschule der Ästhetik, einem anderen Buch von ihm, da spricht er eben von der Notwendigkeit einer deutschen Witzkultur. Gut, der Witz, also er bringt zwei Dinge, die eigentlich nicht zusammengehören, zusammen. An einer Stelle sagt, Jean-Paul, der Witz ist der verkleidete Priester, der jedes Paar kopuliert. Und es gibt verschiedene Traufformeln. Das ist jetzt immer noch Jean-Pauls Rede. Das wissen Sie, er ist ja da sehr, auch wenn er akademische Texte schreibt, dann ist er sehr metaphorisch. Er versucht uns immer außerhalb des normalen Gedankenrahmens zu denken. Und deswegen spricht er hier vom Priester. Und natürlich spricht er dann, wenn er vom Priester spricht, auch von den Traufformeln. Und die sind unbildlich, bildlich und akustisch. Das sind faktisch die drei Versionen, in denen man Dinge zusammenstellen kann beim Witz. Das unbildliche ist ein reflexiver Witz mittels Antithese. Da gibt es diesen berühmten Witz, dass man sich eine Erinnerung macht, dass man etwas vergessen soll. Immanuel Kant, dass er seinen Bediensteten vergessen muss, den er gefeuert hat, und macht sich dann eine Notiz dazu. Also das ist eine Antithese, die natürlich witzig ist in sich. Es gibt den bildlichen Witz, das ist dann auf der Fantasieebene. Der Sturm zürnt. Da fragt man sich, wie kann ein Sturm zürnen. Der kann doch nicht zürnen. Aber wenn man dann darüber nachdenkt, macht es schon Sinn, weil man eben das Zürnen mit der Naturgewalt in Verbindung bringt. Das wäre faktisch diese Verbindung jetzt von zwei verschiedenen Aspekten. Und der Witzaspekt ist gerade in diesem Aha, ich kann den Sturm auch als jemanden sehen, der zürnt. Das ist dann auch das Lustige vielleicht. Akustisch, der akustische Witz, der geht dann auf den Gleichlaut. Dass zwei Dinge gleichermaßen sich anhören und dass sie deswegen verbunden werden. Das ist dann das Wortspiel oder der Kalauer. Das ist der für Jean-Paul natürlich primitivste Witz, weil hier gar kein Intellekt drin steckt, irgendwelche Dinge zusammenzubringen, sondern der gleiche Laut die Dinge von sich zusammenstellt. Das ist für Jean-Paul dann nicht so interessant. Und eine vierte Form ist der gelehrte Witz. Das ist faktisch sein Konzept, Anspielungen zu machen auf alles, was man will, auf alle Sittenzeiten, Kenntnisse, sobald man nur den fremden Gegenstand einheimisch macht. Hier geht es um eine systemüberschreitende Informationsverbindung, die systemüberschreitend ist in dreierlei Hinsicht, national, sozial und geopolitisch. Er spricht natürlich nicht von System, sondern von Klassen. Das Zitat dazu sagt, was er meint. Der Gottes- und der Rechtsgelehrte fassen einander nicht. Der Großstädter fasse tausend Kunstanspielungen, die dem Kleinstädter entwischen. Und der Weltmann, der Kandidat, der Geschäftsmann, alle haben verschiedene Kreise des Wissens. Der Witz, wenn er sich nicht aus einem Kreise nach dem anderen verbannen will, muss den Mittelpunkt aller fordern und bilden. Also der Witz ist der, der diese verschiedenen Wissenskreise, die aus sozialer oder nationaler oder geopolitischer Hinsicht getrennt sind, verbindet. Das ist der gelehrte Witz, den Hegel in seiner Ästhetik als seine schreckliche, als seine barocke Zusammenstellung des äußerlich Heterogensten kritisiert hat, weil es überhaupt nicht zusammenpasst und es überhaupt nicht klar ist, was nun die brasilianischen Pflanzen und das alte Reichskammergericht miteinander zu tun haben. Aber bei Jean-Paul hat am Ende alles irgendwie miteinander zu tun und er bringt diese verschiedenen Sachen zusammen. Hegel macht ihm also das zum Verwurf, was für Jean-Paul selbst das Konzept ist. Das Konzept einer Utopie der Wissensgemeinschaft. Denn das, so geht dann das Zitat weiter, das ich Ihnen vorher gezeigt habe, das ist letztlich das Ziel. Die Erde muss ein Land werden, die Menschheit ein Volk. Das Meer der Kunst muss die Weltteile verbinden und so kann die Kunst ein gewisses Vielwissen zumuten. Also Aufgabe der Kunst ist es, diese verschiedenen Wissenskreise geopolitischer, nationaler,